Herzlich willkommen bei den Berserker Brothers. Heute mit deinem ernsten Thema 5 Gründe, weshalb du zu wenig Testosteron haben könntest. Und zwar legen wir natürlich direkt mal los. Als ersten Punkt haben wir Plastik. Plastik sind leider ein paar Chemikalien drin, wie zum Beispiel Bisphenol A, BPA genannt auch oder auch andere Dinge, die eine negative Auswirkung auf einen Hormonhaushalt haben können. Und natürlich reduzieren sie explizit das Testosteron. Wie kann man diese Dinge aufnehmen? Meistens, wenn ihr aus Plastikflaschen zum Beispiel trinkt oder halt auch Sachen esst, die halt in Plastik verpackt sind etc. Das heißt, so gut wie möglich darauf verzichten. Wir trinken zum Beispiel fast nur aus Glasflaschen. Also vermeiden, wo man kann, sag ich immer. Manche Sachen kannst du halt nicht vermeiden, wenn es im Fleisch oder so etwas ist. Ich sag mal bewusst minimiert. Wenn man eigentlich schon so ein Paket drin ist, was er Plastik hat, dann ist es halt man natürlich, oder man Fleisch erkauft. Bewust minimieren. Ja, was halt schwierig, genau. Bewust minimieren. Und was anderes kann man da nicht machen. So, als nächstes haben wir, wenn du zu wenig schläfst, dann ist ein Testosteronspiegel auch meistens im Keller, weil der Körper braucht das, um dein Testosteron im Schlaf wieder am Gang zu bringen. Das heißt, dass es einen guten Start in den Tag gibt, wenn dein Schlaf ausgenügend war. Deswegen ist es ganz wichtig, viel zu schlafen, meine Freunde. Jo, als nächstes mit Leitungswasser. Da Leitungswasser natürlich in Deutschland gefiltert wird, denkt man meistens so, ach, das kann ja nicht irgendwie ungesund sein oder negativ sich irgendwie in irgendeiner Weise auf dem Markerbau auswägen. Leider sind leider nicht alle Dinge filterbar. Und oft kommt es vor, dass Hormonrückstände oder Medikamentenrückstände drin sein können. Wie Sachen zum Beispiel auch, die Pille der Frau zum Beispiel. Und du nimmst halt diese Östrogene halt darüber auf. Das bedeutet, dein Testosteronlevel wird einfach gesenkt durch, kann gesenkt werden durch Leitungswasser. Also Leute, Glasflaschen, Wasser, ihr wisst Bescheid. Als nächstes haben wir, wenn du zu wenig Licht, Licht auf dich scheinen lässt, Vitamin D ausschüttest, dann hast du auch auf jeden Fall einen sehr niedrigen Testosterwert, weil dein Körper braucht das, du findest ganz einen Humonaustellung im Körper. Das heißt, die Sonne brauchst du mindestens einmal am Tag. Ja, als letztes hätten wir Stress, also Cortisol. Cortisol verringert quasi dein Testosteron. Da ist halt wie eine Art Gegenspieler wirkt auf das Humontestosteron. Das bedeutet meistens, wenn Testosteron ist oben, Cortisol ist dann unten oder halt Cortisol ist oben, dann ist meistens Testosteron unten. Das bedeutet, den Stress so weit wie möglich zu reduzieren. Jo, das war's erstmal mit dem Video, Leute. Das war's, meine Freunde. Haut rein. Peace. Ciao.